So, wieder mal ein Unboxing. Diesmal habe ich mir bei Amazon gedacht, ich muss mir mal wirklich was richtig, richtig billiges bestellen. Hier habe ich mir ein Selfie-Stick, oh, steht sogar alles in Deutsch drauf. Selfie-Stick, Fotos, Videos, Ausziehbar, Variabel, Einsetzbar, habe ich mir bestellt bei Amazon. Monopod. Für 99 Cent. Mit Versand. Ist auch super schnell gekommen, finde ich jetzt gar nicht so schlecht, weil normalerweise, wenn du so günstige Sachen bestellst, bestellst du ja in der Regel bei Joom oder Wish oder Alipress oder was auch immer. Diesmal habe ich mir den Selfie-Stick, genau, was ist denn das? Das Artikel Nummer Pink, naja, der ist sowas von nicht pink. Bei Amazon bestellt und von 99 Cent kann man jetzt sich nicht beschweren, um ehrlich zu sein. Also, dafür finde ich jetzt die Qualität von dem Stick gar nicht so doof. Gut, da ist jetzt keine Fernbedienung dabei oder ähnliches. Warum eigentlich nicht? Stativschraube, alles in Deutsch, finde ich, also das ist jetzt immer echt nice, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt natürlich auch kein Handy am Start, wo ich das mal mit testen kann, doch. Okay, gut, da braucht man nichts, ist wie jeder ganz normales Stick. Das heißt, ich nehme hier mein schlabbriges Zweithandy, drücke es rein, fertig ist der Stick. Bäm! Kann ich den nochmal irgendwie sichern? Nö, nicht wirklich. Okay, nice. Also, für 99 Cent kann man von der Qualität her definitiv nichts sagen, da kann man sich nicht beschweren. Ich werde euch den auf jeden Fall verlinken, ich weiß nicht, ob es den noch für 99 Cent gibt, aber dafür kann man ihn auf jeden Fall definitiv empfehlen. So, nichts Besonderes. Guti, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis denn dann, ciao!